Hallo und herzlich willkommen zurück auf diesem Kanal. Heute schauen wir uns dein heutiges Horoskop an. Wir gehen auf den Verlauf ein und betrachten die Planetenkonstellation. Im Anschluss ziehen wir noch drei Tarotkarten und interpretieren diese für den heutigen Tag. Auf diesem Kanal werden täglich Horoskope und Inhalte zur Astrologie hochgeladen. Um nichts davon zu verpassen, abonniere diesen Kanal kostenlos. Los geht's! Steinbock, der heutige Tag ruft dich zur Selbstbeobachtung und spirituellen Erkundung auf. Deine Intuition ist gestärkt und ermöglicht es dir, dich mit deiner Umwelt und insbesondere mit anderen Menschen zu verbinden und ihre Gedanken und Gefühle besser zu verstehen. Diese intuitive Klarheit könnte sich auch in übersinnlichen Einsichten oder Visionen manifestieren, die dir Antworten auf langgehegte Fragen oder Hinweise für zukünftige Wege geben. Es ist ein kraftvoller Tag für dein persönliches Wachstum, und es ist wichtig, deine Gedanken und Erfahrungen zu dokumentieren. Das Führen eines Tagebuchs oder die Aufzeichnung deiner Erkenntnisse bewahrt nicht nur diese wertvollen Momente, sondern dient auch als Referenz für zukünftige Überlegungen und Lernprozesse. Deine Aufmerksamkeit für die Bedeutung von Ruhe und Schlaf ist heute besonders wichtig. Schlaf ist ein grundlegender Bestandteil deines Wohlbefindens, und es ist an der Zeit zu prüfen, ob deine Schlafumgebung dein Bedürfnis nach guter Erholung unterstützt. Überlege, ob dein Bettzeug, deine Kissen oder die gesamte Atmosphäre deines Schlafplatzes angepasst werden müssen. Dies ist kein Aspekt deines Lebens, bei dem Kompromisse von Vorteil sind. Eine Investition in deine Schlafumgebung ist eine Investition in deine Gesundheit und dein Wohlbefinden. Egal, ob du dir eine neue Matratze, anderes Bettzeug oder eine ruhigere Atmosphäre zulegst, dein Schlaf hat Priorität. Gute Erholung ist die Grundlage für deine Leistungsfähigkeit und dein Glück in anderen Lebensbereichen. Beruflich und privat bist du mit deinen Zielen und Ambitionen im Einklang. Behalte deine aktuelle Richtung und dein Tempo bei und vertraue auf deine Fähigkeiten und Entscheidungen. Es kann sein, dass du auf Herausforderungen oder Meinungsverschiedenheiten mit anderen triffst, aber das sollte dich nicht abschrecken oder Selbstzweifel auslösen. Dein Weg ist klar, und dein Vertrauen in deine Entscheidungen sollte unerschütterlich bleiben. Kämpfe sind kein Grund, den Kurs zu ändern, sondern eher eine Gelegenheit, deine Entschlossenheit zu stärken und dein Engagement für deine Ziele zu zeigen. Auf gesellschaftlicher Ebene ist dies ein idealer Tag für neue romantische Begegnungen. Wenn du eine erste Verabredung planst, sorgt die Energie des Tages dafür, dass deine Gespräche besonders einnehmend und aufschlussreich sein werden. Dein erhöhtes Bewusstsein ermöglicht es dir, subtile Hinweise und Nuancen wahrzunehmen und dein Verständnis für die andere Person zu vertiefen. Dieses Bewusstsein erstreckt sich auch auf deine eigenen Gefühle im Kontext dieser neuen Beziehung und kann zu bedeutsamen Entdeckungen über deine Gefühle und das Potenzial dieser neuen Verbindung führen. In dieser Woche stehen die Sterne günstig, um ein lang gehütetes Geheimnis zu lüften, das unter der Oberfläche deines täglichen Lebens schwelt. Wenn sich die Himmelskörper in einer harmonischen Position bewegen, erhellen sie verborgene Wahrheiten und bringen ans Licht, was bisher verborgen war. Diese unerwartete und doch tiefgreifende Enthüllung verspricht eine Quelle großer Freude und Bereicherung zu sein. Anstatt Aufruhr zu verursachen, wird dieses Geheimnis Türen zu neuen Erkenntnissen und Möglichkeiten öffnen. Es wird deine Beziehungen verbessern und eine tiefere Verbindung und ein besseres Verständnis für diejenigen schaffen, die dir wichtig sind. Nimm diesen Moment der Klarheit an und erlaube ihm, dein Leben mit neuer Energie und Optimismus zu erfüllen. Das Universum erinnert dich daran, dass manchmal das, was im Verborgenen liegt, eine Quelle für immenses Wachstum und Positives sein kann. Die Ankunft des Neumondes in deinem Zeichensteinbock markiert eine wichtige Phase des Neuanfangs und des Setzens von Vorsätzen. Das Treigen des Mondes zu Uranus im Stier beflügelt deinen Tag mit Kreativität und Entschlossenheit und ermutigt dich, deine Unabhängigkeit zu behaupten und innovative Ansätze in deinen Unternehmungen auszuprobieren. Dies ist eine Zeit, in der du dich auf Veränderungen einlassen und neue Methoden in Betracht ziehen solltest, sei es im Privatleben, im Beruf oder im kreativen Bereich. Außerdem schafft das Sextil des Mondes zu Neptun in den Fischen eine günstige Atmosphäre, um alte Freunde wiederzutreffen, bestehende Bindungen zu stärken und vielleicht frühere Beziehungen wieder aufleben zu lassen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass dein Tag von erhöhter Intuition, der Wichtigkeit guter Erholung, Vertrauen in deinen Weg, Gelegenheiten für neue romantische Erfahrungen und der transformativen Energie des Neumondes geprägt ist. Das Universum unterstützt deine spirituellen und intuitiven Erkundungen, deinen Fokus auf erholsamen Schlaf, dein unerschütterliches Vertrauen, deine einfühlsarmen sozialen Interaktionen und deine innovativen Absichten. Nutze diesen Tag, um deine innere Welt zu erforschen, deine Schlafumgebung zu optimieren, deinen Zielen treu zu bleiben, neue romantische Gelegenheiten wahrzunehmen und dir unter dem Neumond kraftvolle Vorsätze zu setzen. Dies ist eine Zeit der intuitiven Klarheit, der erholsamen Verbesserung, des unerschütterlichen Ehrgeizes, der bedeutungsvollen Verbindungen und der kreativen Anfänge. Wenn dich die ermutigenden Botschaften in unseren täglichen Horoskopen ansprechen, laden wir dich herzlich ein, unseren Kanal zu abonnieren und Teil unserer Gemeinschaft zu werden. Durch das Abonnieren unseres Kanals verpasst du nie wieder die kosmischen Ratschläge, die deinen Tag erhellen und dich auf dem Weg zur Größe inspirieren können. Zeige deine Wertschätzung für die positive Energie, die wir in dein Leben bringen möchten, indem du einen Daumen hoch drückst. Dein Interesse beflügelt nicht nur unsere Leidenschaft, sondern ermöglicht es uns auch, die kosmische Weisheit an andere weiterzugeben, die sie brauchen. Wir freuen uns außerdem sehr, von dir zu hören. Hinterlasse uns einen Kommentar und lass uns wissen, wie die Sterne dich heute leiten. Gemeinsam können wir diese kraftvolle kosmische Verbindung nutzen, um die Welt mit Positivität und Liebe zu erhellen. Danke, dass du ein Teil unserer himmlischen Reise bist. Nun ziehen wir drei Taro-Karten und gehen auf die Bedeutung für den heutigen Tag ein. Die Sonne ist ein Symbol für Freude, Erfolg und Optimismus. Sie steht für eine Zeit der strahlenden Energie und Positivität in deinem Leben. Für den heutigen Tag deutet die Sonne darauf hin, dass du einen hellen und fröhlichen Tag voller Begeisterung und Erfolgserlebnisse erlebst. Es ist an der Zeit, die Freude zu umarmen und die einfachen Freuden des Lebens zu feiern. Die Zwei der Münzen steht für Ausgeglichenheit, das Jonglieren mit verschiedenen Aufgaben und Anpassungsfähigkeit. Sie steht oft für die Notwendigkeit, ein Gleichgewicht zu finden, wenn du verschiedene Aspekte deines Lebens managst. Für den heutigen Tag rät dir die Zwei der Münzen, ein harmonisches Gleichgewicht zwischen deinen täglichen Verpflichtungen zu halten, vor allem wenn du verschiedene Aufgaben oder Verpflichtungen hast. Die Zehn der Kelche ist eine Karte der emotionalen Erfüllung, der Zufriedenheit und des harmonischen Familienlebens. Sie steht für die Freude und Zufriedenheit, die durch starke emotionale Bindungen und ein Gefühl der Zugehörigkeit entsteht. Heute steht die Zehn der Kelche für eine Zeit der emotionalen Harmonie und des Glücks innerhalb deiner Familie oder deiner engen Beziehungen. Es ist ein Tag, an dem du die Liebe und Zufriedenheit mit den Menschen, die dir wichtig sind, zu schätzen weißt. In ihrer Beziehung zueinander deuten diese Karten auf einen Tag der Freude, des Gleichgewichts und der emotionalen Erfüllung hin. Die Sonne strahlt Positivität und Glück aus, während die Zwei der Münzen dich dazu ermutigt, deine Verantwortung im Gleichgewicht zu halten. Die Zehn der Kelche unterstreicht die emotionale Erfüllung und Zufriedenheit, die du in deinen engen Beziehungen findest. Lass dich heute von der sonnigen und positiven Energie der Sonne anstecken und nimm diesen Optimismus mit in deine täglichen Aktivitäten. Achte auf Ausgeglichenheit und Anpassungsfähigkeit bei der Bewältigung deiner verschiedenen Aufgaben, wie die Zwei der Münzen rät. Schätze die emotionale Harmonie und das Glück in deiner Familie oder deinen engen Beziehungen und feiere die Liebe und Zufriedenheit, die du mit den Menschen teilst, die dir am wichtigsten sind. Schätze die emotionale Harmonie und das Glück in deiner Familie oder deinen engen Beziehungen, die du mit den Menschen teilst, 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 die du mit den Menschen teilst. Vielen Dank.